Danke. Ich sehe, wie immer, und zwar. Wir stehen 20 Minuten. Wir sehen, wir haben so eine Dinge. Wir sehen, dass die Sonne drin ist. Wir sind dann ganz gut. Besoffen, ja. Okay, ich verstehe. Ich kann auch festmachen. Ja, ja. Aber wenn du bist ganz fertig, und du musst auch schieben, das ist gefährlich. Ich verstehe, ja. Und die Polizei? Ja. Die suchen, okay? Du bist ganz fertig, und zurück nach Hause. Ja, auf der Piste, auf der Piste. Ja, auf der Piste. Die Pisten von der Alpen, auf der Piste. Ja, auf der Piste. Ja, auf der Piste. Ja, auf der Piste. Ja. Ja. Aber es geht, wenn du bist eine neue Farbe. Ja. Das ist sehr schön. Ja, aber das Verzweiß. Ja, ja. Ja. Du bist, die Polizei. Das sind die Polizei. Die Polizei, die Leute hier. Die Leute hier, die Menschen, die sind hier. Weil die Mähe sind torchiert. Sie sind torchiert. Sie haben die Bouteille in den Räumen. Sie sind rosiert. Und dann gibt es die Hände, in der Flügel. Es gab die Mähe. Es gab die Mähe. Es gab die Mähe. Nein, nein, nein. Fabrice, die Mähe war totalen torchiert. Wir hatten eine Mähe. Wir hatten die Mähe. Wir hatten eine Mähe. Wir hatten die Mähe.